Nahe der nigerianischen Stadt Juz überfielen Islamisten am 23. und 24. Juni zehn christliche Dörfer. Die Islamisten waren mit Buschmessern und Gewehren bewaffnet und töteten über 200 Personen. Von den Angriffen betroffen sind die Verletzlichsten, Betagte, Mütter mit Säuglingen, Kinder, die sich in Kirchen versteckt hatten. Die Angriffe dauerten drei Stunden, ohne dass Sicherheitskräfte eingegriffen hätten. Viele Kinder wurden Weisen oder Halbweisen. Häuser wurden ausgeraubt und niedergebrannt. Die Verletzlichste, die Verletzlichste, die Menschen, die weggebrannt haben. Aber ich weiß, dass es wegen der Religion und die Christen sind. Es gibt keine Stürmer, heute oder heute. Das ist etwas, was erinnert. Und die gesamte Unkommunikation sollte sich angehen. Diese Menschen brauchen die Hilfe, sie können nicht allein sein. Sie sind der schweizende Zielgericht. Die Plane Hardmen haben Gullens, sie haben AK-47, und diese Leute, die nicht haben, sogar die Steak zu defendern. Let's the world see what is happening in Platon State. Let's the world see what is happening in Biladi. It's too much. They beat down the door, opened up, and poor Petrol and burned the house. Eight people were burned down to ashes, so we just had the mass barrier. I want the world to assist us, help us in prayers and also physical help. We need their help in terms of declaring Fulani headsmen terrorist. So everyone should pray, everyone should pray of the victims of the Fulani Hardmen. As you can see the car are just still coming in with the people. You will see one car with 20 people, children, husband, wife, grandmother are in one car to come here escaping from. The systematische religiöse Säuberung muss von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. CSI ist vor Ort und verteilt Nothilfe an Flüchtlinge, die außerhalb ihrer Dörfer Sicherheit suchen. Es sind Tausende. Bitte ermöglichen Sie die Verteilung von Nothilfe. Mit 50 Franken helfen Sie einer Familie während eines Monats. Mit 75 Franken ermöglichen Sie dringend benötigte medizinische Hilfe. Und mit 100 Franken finanzieren Sie einer Familie einen Monat lang die Unterkunft. Herzlichen Dank für Ihre Solidarität mit den verfolgten Christinnen und Christen in Nigeria. Champion 2